Heute bringen wir euch die Emotionen und Reaktionen nach dem unglaublichen 4 zu 0 Sieg der Fohlen gegen den VfL Wolfsburg. Und glaubt uns, wir haben ein spezielles Versprechen für euch, etwas, das euch bis zum Ende dieses Videos gespannt halten wird. Bleibt bei uns! Lassen Sie uns direkt zu den Worten des Helden des Spiels, Tom Vanara, kommen. Er teilte seine Emotionen nach einer spektakulären Leistung, bei der er ein entscheidendes Tor für das Team erzielte. Tom Vanara, ich hatte kürzlich einige Spiele, die nicht gut genug waren. Heute hatte ich die Gelegenheit, wieder von Anfang an zu spielen, und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Teams und auch mit mir selbst. Das Tor war für mich persönlich sehr wichtig. Lassen Sie uns diesen magischen Moment noch einmal Revue passieren. Vanara beschreibt, vor dem Tor sah ich die brillante Aktion von Frank hinter der Abwehr und wartete in der Mitte auf den Ball. Der Pass kam perfekt, und es war einfach für mich, ihn zu verwandeln. Der Spieler äußert seine Hoffnungen für die kommenden Wochen. Ich hoffe, dass ich diese Leistung in den nächsten Wochen nutzen kann und beweisen kann, dass ich auf dem Platz gehöre. Der Sieg ist extrem gut für uns, besonders weil wir jetzt nach einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage in die Länderspielpause gehen. Tom schließt mit einer inspirierenden Botschaft. Wir haben heute einen großen Schritt nach vorn gemacht. Wir müssen das in den nächsten Spielen nutzen. Nun, wie am Anfang versprochen, haben wir eine besondere Enthüllung, die ihr nicht verpassen dürft. Aber zuerst möchten wir in den Kommentaren wissen, welcher Moment in diesem unglaublichen Spiel euer Favorit war. Der Sieg der Fohlen ist ein Grund zum Feiern, und die Worte von Tom Vanara verstärken nur diese Emotion. Unterstützt weiterhin Borussia Mönchengladbach und bleibt gespannt auf weitere Neuigkeiten. Teilt eure Erwartungen für die nächsten Spiele in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Mal, Fans!